Es hat mir sehr Spaß gemacht. Besser zurücklaufen, oder? Das kann ich keine Aufnahmen machen. Gute Nacht, Johnsy. Danke, dass du da warst. Schlaf in the goat. Ja, wir haben Essen und Heilung mit. Das ist das. Weil wir können mit dem Schaden spawnen. Was? Wo willst du hin? In der Garage ist ein Spieler. Da, wo du jetzt hinläufst, aber können wir gerne machen. Kann auch ein Momentchen warten. Was ist denn da mit deinen Armen? Warum? Das sah gerade nur so komisch aus. Was? 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 Da ist was rausgekommen aus der... Wo? Äh, der hockt da. Rechts da, wo man looten kann. Aua. Richtig. Aua. Hast du noch einer? Ja, aber ich bin voller Marsch. Ich muss mal einfach Melunin spritzen. Aua. Aua. Dann zwei, ne? Ja. Da, wo wir herkommen, ist noch einer. Wir hören ja alle zusammen. Ich glaube, der eine nicht. Oh. Ich war nicht zusammen. Holy shit, die war doch direkt bei ihm. Ich habe zwei genötet. Oh. Moro? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, die spielen Fang. Das ist unfassbar gerade. Das ist unfassbar, wie viel hier drüben abgeht. Du brauchst gar nicht mehr rüberrennen. Das ist unfassbar gerade. Hey, der lootet gerade. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Der versteckt gerade den Loot von seinen Mates. Mein Plan ist jetzt zu warten, bis er weggeht. Dann schnappe ich mir den Loot. Der droppt denn da hinten irgendwo? Einmal da hat er was gedroppt und einmal hier. Droppt da gerade. Wenn ich jetzt aufstehe, hin da, ich bin auf Metall und wenn ich dann dahin rennte, dann weiß er meine Richtung. Der ist ja jetzt nicht direkt unter mir. ein bisschen Geduld, Leute. Ein bisschen Geduld. Entweder Innenrad. HOLT. Da habe ich einen gedroppt, ne? Wo du hinlaust. Da habe ich einen Schein. Ich habe einen Schein. Ich habe einen Schein. Also wir haben hier irgendwo Loot, da irgendwo Loot Und der wird da ganz hinten jetzt Weißt du, wo ich noch einen gedroppt habe? Ganz am Anfang, der am Auto, weißt du? Wo ich die RGN hingebrochen habe, den wir zuerst gesehen haben Warte Wo? Ganz am Anfang, in der Mitte von den Garagen Ah ja Hier, jetzt was? Ja, da am Container müsste ich irgendwo einen gedroppt haben Ja, der liegt da drinnen Ja Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt den Loot finden würde von ihm Ich habe die Befürchtung, der macht das ordentlich Ich glaube, der macht das ordentlich Ich glaube, der schmeißt das out of map Jetzt bin ich hier es war so geil ich hab gedacht es wären zwei spieler wir sind die ganze im kreis gelaufen es waren drei jetzt ja und zwei haben überlebt einer ist abgehauen und der andere selbst grad sachen von den maids ja dann waren es vier, zwei sind gestorben ich kann den sound leider nicht streamen weil er nur obs capture und nicht den sound ja sonst stream einfach meinen discord, ach mein stream aber dann kann ich nicht mit dir reden so dann wollen wir mal auf die suche gehen auf der suche der suchen also wenn ich hier jetzt zeit hätte stuff zu safen er hat das hier nicht in die ecke geschmissen oder ist ja ein ausgang hier und in der baracke wäre auch blöd ich weiß wo er es gemacht hat er jetzt out of map geschmissen nee das wird jetzt darkness das das reichen die 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 Вот петух Чего, блядь? Моя, я вам вдруг Nur nicht, wie der letzte nicht gestorben ist, das hat mir aber ein Rätsel. Die Granate auf den Rauch geschmissen. Vor seinen Füßen läuft. Was er nicht gedötet hat, okay, ja. Aber er hätte eigentlich danach sterben müssen. Vielleicht hast du ihn auch gedroppt. Ne. Wenn er dich erdtötet, bevor die Granate auf den Boden geht, wird dir kein Kill angewiesen. Ja, aber da lag keiner bei dir. Du bist auch vorbeigelaufen, da lag keiner. Ja dann. Glaube ich zumindest. Aber ich meine, dass du da vorbeigelaufen bist. Ja. 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 Was war mit wem denn? Wir sind keine Freunde, Bruder. What? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Engel, gott. Engel, gott. Engel! Engel! Was ist passiert? Was passiert hier? Ich habe erst gedacht, wir wären beste Freunde und dann habe ich denen in dein Gesicht geschossen. Das waren echt Landmarktgegner. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Leute, was geht hier grad ab? Warum haben beide nicht geschossen? Was passiert hier? Helfen Sie mir! Warum haben wir nicht hoffentlich geschossen? Ich kommt mir in Ruhe sogar noch die Waffe von den einen Krallen und den anderen. Hilfe! Ich bin in Gefahr! Hilfe! Hilfe! Helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Ne, dann werden die rot geworfen, ne? Die Ash ist niegelnagelneu. Die wurde diese Runde zum ersten Mal gespielt. Die SVD wurde schon ein bisschen länger gespielt. Ich habe sowas zum ersten Mal gehabt, ne? In 50 Millionen, Trillionen, Billionen Raids ist das das erste Mal gewesen. Glaubt mir, Leute! Ich bin, ich bin grad überfordert. Ich bin da. Und dann bin ich hier bei der Flugzeuge. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Magazine waren voll, beide Waffen Ey Ey, yo Gute Nacht Ost, dankeschön, dass du da war, schlaf gut Hier genau hinter der Tür steht ins Café Gute Nacht Ost Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Die waren kurz beim Ausgang, die waren vorm Ausgang gewesen Gute Nacht 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 der hockt genau hier und der andere ist raus hinten weg und der andere hofft jetzt da in der anderen halle und es ist nicht hallo alex mitbekommen so Ohoho! Um 3 Uhr stellt sich die Zeit um. Ohohohohohohoho! Äh, ja. Oh, ich hab's nur geschafft! Da kamen noch welche! Da kamen noch welche oben im Gebüsch. ach ey Mero ja willst du den Clip haben was denn Clip was da gerade passiert ist ja was ist geschickt warte